Lisa hat mich im Rucksack. Ich möchte mich befreien mit dem Drehbohr. Als erstes nehme ich ein Bein aus dem Haken heraus und lege mich mit meinem Rücken auf den Oberschenkel. Jetzt zeigt mein Bauch in die Luft. Nun drehe ich mich zurück zu Lisa wie ein Drehbohr um meine eigene Achse und lande wieder in der Gart zwischen den Beinen von ihr. Fuß zur Seite, auf den Oberschenkel legen, Bauch in die Luft und wieder zurückdrehen zu Lisa in die Gart. Fuß zur Seite, auf den Oberschenkel legen und auf den Oberschenkel legen. Ich möchte mich auf den Oberschenkel einstellen, dass, wir das nicht haben, sondern auch auf der Oberschenkel. Vielen Dank.